Es ist immer eine andere Herausforderung und das kann sich von Stunde zu Stunde ändern, das kann sich aber auch binnen von Sekunden ändern und das finde ich das Spannende. Ein typischer Arbeitsalltag für mich ist, dass ich morgens sehr früh aufstehen muss, wo man sich auch erstmal dran gewöhnen muss und dann auf die Station gehe, erstmal ein kleines Pläusch mit meinen Kollegen halte und somit mich auch irgendwie auf dem Dienst darauf vorbereiten kann und dann einfach in den Arbeitsalltag reinschneide. Und das Spannende ist, es ist irgendwie nie immer das Gleiche, also kein Tag ist wie der andere, sondern es ist immer eine andere Herausforderung und das kann sich von Stunde zu Stunde ändern, das kann sich aber auch binnen von Sekunden ändern und das finde ich das Spannende, wieso man sich eigentlich auf jeden Tag neu freuen kann und auch man noch neu darauf vorbereiten muss. Bis zum nächsten Mal.